Ja, danke, dass du dich für die Wildnisschule interessierst und ihre Entwicklung, was alles daraus geworden ist. Und vorab sage ich einen großen Dank an die Menschen, die mich gelehrt haben. Es waren viele im Laufe der Jahrzehnte. Und einen großen Dank auch an die Menschen, die es überhaupt möglich gemacht haben, diese Wildnisschule zu gründen. Ja, wie kam es überhaupt dazu, dass ich die Wildnisschule gegründet habe? Aber ich kann mich noch genauer erinnern an den Moment, wie ich über den Irschenberg fahre und das weite Chiemgau sehe. Ich komme gerade von der Ausbildung Wildnispädagogik, habe mein Zertifikat. Und es war wie so ein Ruf, in Pfingsten das nächste Camp hier zu machen. Das erste Camp im Chiemgau. Und es hat mich so erfüllt, es hat mich so begeistert. Und so habe ich es dann auch gemacht. Und auf magische Art und Weise ist dann auf der Platz zu mir gekommen, wo wir heute immer noch sind, am Jenbach. Und da auch nochmal einen großen Dank an den Bauern, der mich bis heute unterstützt und dieses Feld für mich hält. Wenn ich zurück schaue auf die vielen Jahre, dann kann ich heute sagen, dass das eine Vision war. Es war ein Auftrag, hier im Chiemgau Menschen dieses Wissen, die Naturverbindung, wieder näher zu bringen. Ich bezeichne es das Wissen der Naturvölker, weil es etwas ist, was in allen Menschen drinsteckt. Wir sind Teil von Mutter Erde und hier im europäischen Raum haben wir es weitgehend vergessen. Ich hatte die erste Zeit mit Kinderkursen in den Ferien angefangen, Pfingsten- und Sommerferienangebote. Und ich habe gemerkt, dass es eine große Begeisterung war, großes Interesse. Ich habe immer mehr Kurse angeboten und bei mir selber gemerkt, was es mit mir macht, was für eine Freude, diese Begeisterung das weiterzugeben. Und ich habe gesehen, was es bei den Menschen macht, wie sie sich verändern, wie die Kinder sich verändern. Nur fünf Tage an diesem wunderbaren Platz in der Natur und sie waren wie ausgewechselt. Und das hat mich getrieben, weiterzumachen. Und dann kamen die Erwachsenen, die sagten, ja, können wir auch mal. Und so entstanden dann Familiencamps. Und im Laufe der Jahre ist immer mehr dazugekommen. Also zu den Ferienprogrammen gab es dann eine Anfrage, ja, unter der Woche mit Schulklassen. Und so kamen die Schulklassen mal einen halben Tag, mal einen Tag und haben sich getraut zu übernachten. Und jetzt bleiben sie einfach fünf Tage draußen in der Natur. Und die Lehrer sind so begeistert, weil sie ihre Kinder aus einem anderen Blickwinkel betrachten können. Und sie erleben fast schon automatisch, wie wir mit den Kindern umgehen. Das ist eine Form des Lehrens, wie es immer üblich war. Wir nennen das Mentoring, Kojote-Teaching. Das ist natürliche Lernen. Und da steckt wiederum die Lehre an, die wollen mehr davon. Die Kinder werden größer, Jugendliche, das heißt, wir müssten auch andere Programme für Jugendliche machen. Und da habe ich gemerkt, ich musste als Mentor, als Lehrer voll dieses Kojote-Mentoring, was ich gerade gelernt hatte, auch bei mir verinnerlichen. Nur so war es mir möglich, überhaupt die Jugendlichen zu bekommen, zu begeistern. Aus dieser Null-Bock-Stimmung heraus in die Aktion. Über die Jahre ist da jetzt eine Gruppe Jugendlicher herangewachsen, die jedes Jahr kommen, die einen Kurs nach dem anderen gemacht haben. Und ich kann sagen, wo die heute stehen, das ist für mich einfach großartig. Und das bestätigt mich darin, dass die Methoden stimmen und das würde etwas richtig machen. Denn die Jugendlichen sind für mich der wichtigste Indikator, ob der Kurs passt oder ob sie etwas anderes wollen. Denn die Jugendlichen sind ja auch unsere Zukunft. Ja. Und dann gibt es Übergangsrituale. Das heißt, in den verschiedenen Lebensabschnitten braucht es ganz bewusste Übertritte in den nächsten Bereich. So haben wir dann Übergänge für Jugendliche gemacht. Und später ist auch Visionssuche dazu gekommen. Und wir haben gemerkt, dass eine weitere Säule die Selbsterfahrung ist. Die Menschen sind draußen in der Natur, lernen Handwerk und kommen dann irgendwann ihre Grenzen. Und genau da passiert die Veränderung. Wir nennen das Inner Tracking. Das heißt, wir müssen nach innen schauen. Und in der Säule Elementarerfahrung gibt es Angebote wie Schwitzhütte. Das sind indianische Reinigungsrituale, die ich dort erfahren habe. Es gibt Feuerläufe. Es gibt Männerkurse. Es gibt Frauenkurse. Es gibt gemischte Veranstaltungen, wo jeder sein Potenzial weiter entfalten kann. Ein weiterer Bereich ist vor kurzem erst entstanden für die Firmen. Weil wir gemerkt haben, diese Teamentwicklung, die wir in unserem Team erfahren, die Art und Weise, wie wir es machen, die möchten wir gerne in den Firmen sehen. So haben wir den Bereich ZAM gegründet. Teamentwicklung zeitgemäß, authentisch, menschlich. Das sind für uns die Werte, die wir weitergeben wollen, die wir selber leben in unseren Teams. Und wir haben inzwischen so viel Erfahrung, wie diese Werte übertragen werden können. Und ich bin fest davon überzeugt, jeder Mensch hat sie in sich. Wir müssen uns nur daran erinnern. Und wir nehmen den Naturraum, um das Team aus der Firma rauszunehmen in ein Umfeld, was für uns Menschen einfach die Basis ist, wo wir alle herkommen. Das heißt, da sind wir alle gleich. Und wir nehmen Aufgaben, die einfach notwendig sind. Eine Behausung, Essen heranschaffen durch Pflanzen, Essen zubereiten, Wasser, Feuer. All diese Sachen sind essentiell, um zu überleben. Und dann machen wir die Übertragung in die Firma. Und die Grundlage von all dem ist die Wildnispädagogik. Dieses Wissen kommt von einem Indianer, der wirklich die Vision hatte, dass dieses Wissen weitergegeben wird. Und er hat es dann an einen Jungen in Amerika weitergegeben. Der hat eine Schule gegründet. Und das ist der Ursprung. Das ist wirklich gelebtes, uraltes Wissen, was wir durch die Wildnispädagogik in einem Jahreszyklus weitergeben. Und seit 2010 bilde ich selber Wildnispädagogen aus. Und es ist inzwischen eine große Familie geworden. Und mich berührt das immer wieder. Es kommen in der ersten Woche 20, 30 wildfremde Menschen zusammen. Und nach wenigen Tagen sind sie in diesem Gemeinschaftsgefühl des Sich-Unterstützens. Und wir erleben in kürzester Zeit Stammesgefühl. Und dazu kommen natürlich die ganzen Handwerke und Notwendigkeiten, um zu überleben. Und damit will ich aber sagen, damit wir es uns gut gehen lassen in der Natur. Damit die Angst vor dieser Wildnis verschwindet. Denn wenn ich weiß, wie ich Feuer machen kann. Wenn ich weiß, wie ich mir einen Schutz baue. Wenn ich weiß, wo ich frisches, sauberes Trinkwasser bekomme. Welche Pflanze ich essen kann. Dann bin ich für eine Zeit auch hier in Europa lebensfähig. Und dazu kommen die Methoden, die wir dort weitergeben. Das natürliche Wissen. Und das saugen die Menschen auf. Und das Dolle ist für mich, wenn sie Erzieher sind, geben sie im Kindergarten am nächsten Tag weiter. Wenn die montags in den Kindergarten gehen, wenden sie gleich die Methoden an. Lehrer machen das. Sie lernen die Kreiskultur. Das sind alles diese Werkzeuge, die ich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte von verschiedenen Menschen bekommen habe. Und in meiner Wildnisschule weitergebe. Und dann haben wir den Ableger Wildnis to go gegründet. Und da gibt es einen Anhänger, der ist ausgerüstet. Da kann man überall dorthin fahren, wo Natur ist, wo die Menschen uns haben wollen. Das Wissen haben wollen. Und das sind erfahrene Wildnispädagogen, die in der Wildnisschule durch mich ausgebildet worden sind. Und was all diese Säulen verbindet und all die Säulen gemeinsam haben, sind die Grundlagen des Friedens. Die Friedenstifterprinzipien. Das ist etwas, was ich über meinen Mentor John Young gehört habe. Und er wiederum von den Irokesen. Das ist ein Wissen, was seit Jahrhunderten gehütet wird und weitergegeben. Und das ist für uns die Basis. Die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen. Dieses Grundrecht auf Frieden. Wer das akzeptiert, der ist gleich in einem anderen Umgang mit der Natur und mit seinen Mitmenschen. Und diese guten Worte. Und vor allen Dingen Unity. Unity, also Einigkeit, ist auf dieser Basis sehr schnell möglich und schafft eine Magie. Ja, jetzt haben wir die Säulen. Ferienprogramme. Dann gibt es noch Handwerk, das gehört einfach selbstverständlich dazu. Die Wildnispädagogik, Selbsterfahrung, Angebote für Firmen. Wildnis to go, rausgehen mit dem Wissen. Und die Friedenstifterprinzipien, Unity in Peace. So weit ist es gekommen in den Jahren. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass es immer größer wird. Das Aufbauen der Wildnisschule ist nicht immer ganz glatt gegangen. Es gab da auch Widerstände. Und die Frage ist, wie gehe ich mit Widerständen um? So wie ich es in der Natur gelernt habe. Wenn ein Widerstand da ist, wenn es irgendwo nicht weitergeht, dann heißt es Stopp für mich. Und so habe ich es auch mit den Menschen gemacht, die das nicht so toll fanden, was ich da im Jenbach mache. Und habe mich mit ihnen zusammengesetzt und habe gefragt, was braucht ihr denn? Wo klemmt es denn? Wo stört es denn? Was können wir verändern? Und wir haben immer wieder etwas Gemeinsames gefunden, sodass derjenige und ich und wir zufrieden waren. Und so gehe ich immer wieder vor. Wenn es einen Widerstand gibt, Stopp, hier geht es nicht weiter, was braucht es? Und da sehe ich dann das große Ganze, was braucht es für die Vision? Und damit bekomme ich immer wieder Antworten. Und das zeigt mir wirklich, dass dieser Weg weitergegangen werden will. Ja, was ist mein Highlight in den vielen Jahren? Und da könnte ich viele Highlights aufzählen. Aber wenn ich nur eins nehmen sollte, dann sind es die wilden Familien. Die machen das eine Woche. Und ich erlebe da wirklich uns wieder als Stamm. Das ist das, wonach ich mich gesehnt habe. Dieses Lachen der Kinder. Diese Zufriedenheit. Und in der wilden Familie, da haben wir teilweise 70, 80, 90 Menschen. Jeden Alter, vom Baby angefangen bis zur Ältesten. Und da erlebe ich, dass Stammesleben möglich ist. Wie die Kinder, die Kleineren wieder lehren, wie sie auf sie aufpassen. Und das macht mich einfach glücklich, wenn ich daran denke. Jubelt mein Herz. Wir leben dort als Gemeinschaft und die Menschen spüren das sofort. Wir wenden die Friedenstifterprinzipien an. Und dadurch entsteht Frieden. Denn Frieden ist nichts, was man lernen kann. Sondern Frieden entsteht durch eine bestimmte Haltung, durch Werte, die wir vermitteln. Und wir sind ein starkes Team von Wildnispädagogen, die diese Werte leben. Und dadurch, so bauen wir diese Woche auf. Und was daran entsteht, ist wie Magie. Wir sehen es an den Jugendlichen. Da gibt es Jugendliche, die immer wieder kommen wollen. Und das ist für mich ganz was Besonderes. Weil inzwischen ist da ein Wandel passiert. Und sie sind sozusagen die Säule des Stammes geworden. Weil sie sind physisch gesehen in einer Entwicklungsphase, wo sie einfach tun wollen, tun wollen, was sie sich erleben wollen. Und wenn diese Kraft dann für den Stamm eingesetzt wird, für uns, auf die Kinder zu achten, fürs Essen zu sorgen, fürs Holz zu sorgen, dann haben wir alle was davon. Und sie fühlen sich gesehen. Und ich sehe immer wieder, dass die Menschen so glücklich vom Platz gehen. Das gilt für fast alle Kurse. Sie nehmen so viel mit, das verändert ihr Leben. Meine Bilder für die Zukunft sind ganz klar. Tragfähige Netzwerke des Friedens. Wir erleben in den Kursen Frieden, ich habe gerade von der wilden Familie gesprochen, da am deutlichsten, diese Kreise zu stärken, die Gemeinschaft leben wollen. Die zu stärken, dass sie friedvoll leben. Und wenn ich mir dann vorstelle, da gibt es eine Gemeinschaft, die auf ihre Art und Weise zufrieden ist, und dann gibt es die nächste Gemeinschaft, die treffen sich und begegnen sich eben mit diesem Friedenstifterprinzipien, dass sie sich gegenseitig respektieren und neugierig schauen, was macht der andere. Die tragfähigen Netzwerke des Friedens fangen schon in der Familie an. Jeder sehnt sie nach Frieden. Und die Methoden, die wir haben, die ermöglichen es, eine friedvolle, kleine Gemeinschaft. Und wenn die nächste Familie wieder im Frieden ist und die sich begegnen, wird die Gemeinschaft immer größer. Und diese Netzwerke zu unterstützen mit diesen Werkzeugen der Friedenstifterprinzipien und anderen der Kreiskultur, das ist meine Vision für die Zukunft. Da geht es für mich hin. Das braucht die neue Welt. Und daraus entsteht dann auch die Co-Kreation, dass wir etwas Neues schaffen, was allen dient. Und damit verbunden ist der Respekt für Mutter Erde, was ich am Anfang gesagt habe. Dass wir die Erde wieder respektvoll nutzen und nicht ausnutzen. Die Erde schenkt uns alles. Wenn wir uns hier umschauen, da ist die Fülle. Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du mir zugehört hast. Und vielleicht sehen wir uns eines Tages in der Wildnissschule, in einem der Kurse. Würde mich freuen. Alles Gute. Danke. Danke. Danke.